Das sind so diese klassischen Fehler, die macht man nur einmal im Leben. Ja, und jetzt haben wir den Moment, wo es ein bisschen eklig wird. So, heute also unsere erste Wanderung. Das Wetter ist heute richtig schön geworden. Wir sind im schönen Frankenland unterwegs, in den Weidenbergen und werden heute so ein bisschen die Beine wieder ans Marschieren gewöhnen. Haben leichtes Gepäck dabei und haben uns eine Strecke ausgesucht, die circa 10 Kilometer weit ist. Und ja, mal schauen, wie gut wir damit durchkommen und was uns so alles erwarten wird. Das sind so diese Momente, wo man sich wirklich fragt, was hat sich hier der Straßenarchitekt gedacht? Wir sind hier auf einem Wanderweg und jetzt schaut euch das mal an. Es gibt hier tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf, da hinten ist einer, sechs Wege auf ungefähr 10 Meter. Ja, kannst du auch eine Münze werfen, oder? Das Problem ist, wenn man mit mir wandern geht, dann wird das nie die angegebene Strecke sein. Sondern ich stürme dann immer, wenn ich irgendwas sehe, wieder rein ins Getümmel und muss mir alles anschauen und wird alles erkunden. Und ja, also weder die Entfernung noch die Zeit wird mit mir je erreicht werden. So, das Ganze ist natürlich nicht einfach nur eine reine Spaßveranstaltung. Hier geht es natürlich wie immer um irgendwas. Und in dem Fall hat heute die Kamerafrau, also sie, hatte die Aufgabe, diese gesamte Wandertour zu planen, zu organisieren, sich damit mal auseinanderzusetzen und mich zu führen. Ich habe wirklich selber nicht genau eine Ahnung, wo wir sind, was da genau alles auf uns zukommt, was für Sehenswürdigkeiten oder was auch immer es alles so geben wird. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das laufen wird. Und bisher schlägt es sich richtig gut. So, jetzt kommen wir eher zu einem etwas unschöneren Teil, denn sie hat gerade eine sehr wichtige Lektion gelernt, die für euch natürlich auch wieder von Nutzen ist. Und zwar, sie hat das neue Schuhe, in dem Fall hat sie so Salomon-Träter und die sind wir gerade dabei, so ein bisschen am Einlaufen. Und sie hat jetzt den schwerwiegenden Fehler begangen, dass sie keine Wechselsocken dabei hat. Beim Einlaufen der Schuhe hat sich jetzt herausgestellt, dass hier vorne eine Naht, ein klein wenig eine Blase anfängt. Und wir sind jetzt knapp bei der Hälfte der Strecke und das ist natürlich jetzt ein Problem. Ja, und jetzt haben wir den Moment, wo es ein bisschen eklig wird. Damit wir nämlich die Strecke schaffen, müssen wir jetzt die Socken wechseln, weil ich habe nämlich dicke Wandersocken dabei und noch andere dünne. Und sie muss jetzt im Grunde meine dickeren Wandersocken tragen, damit sie mit der Strecke durchkommt. Oh nein. Ja, schade. Das sind so diese klassischen Fehler, die macht man nur einmal im Leben. Auf jeden Fall. Ja, da geht schon los, da guck, da hast du schon, da herzlichen Glückwunsch. So, das hier. Mir langt nur für einen Fuß. Da läuft ja etwas unrund, würde ich meinen. Lecker, 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 lecker. Was man nicht alles fürs Team macht. Ja, Schuhe binden wird völlig überbewertet. Einfach die Socken wieder mit faltender Neig stopft, Hauptsache drin. Da hat er so richtig Sinn gebracht. Aber, naja, learning by doing heißt das so schön, ne? Learning in progress. Ich stößte auch an. So, für dich. Lauf mal, ob es besser heißt, bitte. Ja. Ist besser. Weiter geht's. Ja, jetzt wird es ein bisschen spannender. Ihr seht, die Wege werden kleiner. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt bei rauskommen. Zuversichtlich? Natürlich. Na dann. Ja. Mega Pfund. Eine tote Buche. Und alles voll Zunderpilze. Denkt immer dran, wenn ihr draußen seid und empfindet sowas, erntet niemals von einem lebenden Baum. Das ist strikt verboten. Die Dinger stehen nämlich unter Naturschutz. Bei einem Totenbaum ist ja gewährleistet, dass das Ding sowieso sterben wird. Und da dürft ihr die Dinger dann auch mitnehmen. Na, schöner Mist. Knapp dreieinhalb Kilometer Umweg gelaufen. Weil wir gehört haben, hier gibt es ein super schönes Schloss. Ja, jetzt ist das Ding natürlich verschlossen. Na ja, was macht man hier alles für die Gesundheit? Aber ich habe was Schönes gesehen. Wisst ihr, wer Ralf ist? Wie heißt die Straße? Zur Steige oder so? Zur Steige, ja. Boah. Das brennt in den Waden. Leckwillig. Wir haben jetzt gerade nachgeschaut. Der Ursprungsplan war ja, dass wir 10 Kilometer Testmarsch machen. Ja, mit leichten Gepäck und so. Zur Eingewöhnung. Das Auto steht in die Richtung und wir laufen immer noch da lang und sind jetzt schon bei 11,5 Kilometer. Ja, soviel dazu. So, Pause. Wie geht's? Ich bin fertig. Ich habe Hunger. Und deswegen gibt es jetzt was zu essen. So, wir sind jetzt also bei 13,4 Kilometer. 13,4 Kilometer. Ja. Und haben jetzt ungefähr die Hälfte von unserem ursprünglich geplanten 10 Kilometern. Insgesamt ist jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. Das liegt jetzt aber nicht daran, weil sie uns schlecht geführt hat oder das schlecht organisiert war, sondern weil wir diesen kleinen Abstecher noch gemacht haben zu diesem Schloss. Was wir gedacht haben, das wäre noch eine ganz schöne Sightseeing-Tour, was sich herausgestellt hat, dass das Ding eben zu war. Jetzt gibt es eine kurze Stärkung und jetzt geht es da lang geradeaus durch. Daher ist es der Vorteil für uns, dass es hier eher flach ist und wir hier am Main entlang laufen und nicht mehr dieses ständige Bergauf und Bergab haben. Das heißt, wir werden hier deutlich mehr Strecke machen können. Bei dir alles fit soweit? Jetzt ist wieder alles gut. Jetzt ist wieder gut. Was machen die Füße? Ja, tun schon weh, aber wird schon. Wird schon? Ja, klappt. Die ist echte. Die ist da hinter uns. Die ist echte. Bäm! So, jetzt haben wir den Moment erreicht, wo es noch knapp ein Kilometer zurück zum Auto ist und alles, was uns da noch im Weg steht, ist diese Treppe. Die sieht jetzt erstmal nach nichts aus, aber nach so einem Maßstab, den wir heute gehabt haben, ist das noch ein kleiner Abschluss herausfordernd. Aus unseren geplanten reinen 10 Kilometer, die schöne Tour, die sie vorgegeben hat oder wo sie herausgesucht hat, hat sich herauskristallisiert, dass wir jetzt hier mal ganz stumpf bei 19 Kilometern sind. Unten am Wasser war es ein bisschen schneller und kürzer als den Weg, den wir vorgegangen sind. Deswegen sind sie jetzt nur an 19 geworden. Bis wir dann noch oben beim Auto angekommen sind, an jeder zu Hause, haben wir wahrscheinlich jetzt auch nochmal einen Kilometer drauf. Also haben wir eine gute 20 Kilometer Tour gemacht, anstatt 10. Und haben jetzt 5 Stunden, 44, 5 Stunden, 45 Minuten gebraucht. Also ich für meinen Teil bin mega stolz auf das, was sie heute geleistet hat, weil das war schon jetzt nicht ganz so ohne, auch noch in Anbetracht der neuen Schuhe und unseres Sockentausches oder beziehungsweise den neuen Socken, die sie dann bekommen hat. Hat sie sich wirklich super tapfer gehalten und hat das wirklich ganz prima gemacht. Das Fazit ist, wir müssen mal wieder ein bisschen öfter rausgehen, ein bisschen mehr wieder trainieren, als auch mal auf längere Strecke mal laufen zu gehen, sich an das Gewicht vom Rucksack zu gewöhnen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall eins der nächsten Ziele, die wir machen müssen, zusätzlich zu den ganzen anderen Vorbereitungen, die sie ja nebenher noch macht. Wie wäre es dir gefallen? War super. Anstrengend, aber super. Wieder was reicht. Bam! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.